Seit bald 150 Jahren gibt es TKB, die Thurgauer Kantonalbank. Wir engagieren uns für eine starke Wirtschaft. Nicht nur als verantwortungsbewusste Arbeitgeberin für 750 Mitarbeitende, sondern auch als bedeutendste Finanzpartnerin für Firmen und Gewerbebetriebe in unserer Region. Die Thurgauer Wirtschaft ist vielfältig, dynamisch und solid. 17'000 Betriebe, vom Einmalbetrieb bis zur Grossfirma, bieten Arbeits- und Ausbildungsplätze. Mit Qualität und Innovationskraft behaupten sie sich erfolgreich im Markt, in der Schweiz und weltweit. Mehr als die Hälfte der Unternehmen im Kanton sind die Kunden der TKB. Wir kennen unsere Kunden gut und wissen, was sie von uns erwarten. Wir legen grossen Wert auf langfristige Zusammenarbeit und eine professionelle Beratung. Die Herausforderungen der Wirtschaft sind auch unsere Herausforderungen. Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg. Bei der TKB begleiten wir Unternehmerinnen und Unternehmer langfristig und auf Augehöhe. Von der Gründung bis hin zur Regelung der Nachfolge. Wir sind eine berechenbare Partnerin, sind nahe bei den Kunden und wir treffen rasche Entscheide. Mit unserer fundierten Wirtschaftsumfrage oder durch die Unterstützung von Unternehmerpreisen machen wir die Leistungen der Thurgauer Wirtschaft sichtbar. Und mit interessanter Anlässe fördern wir den Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind stolz, die Bank der Wirtschaft im Thurgau zu sein. Dürfen wir auch Ihr Unternehmen oder Ihren Betrieb partnerschaftlich begleiten? Wir sind stolz, die Bank der Wirtschaft im Thurgau zu sein. Wir sind stolz, die Bank der Wirtschaft im Thurgau zu sein. Wir sind stolz, die Bank der Wirtschaft im Thurgau zu sein.